Peace, Freunde der gepflegten Investitionen. Heute wieder mit einem neuen Krypto-Video. Wir hatten am Montag ja schon das Video mit der Preisprognose. Das kam ja sehr, sehr gut an. Wir haben jetzt hier auch nochmal von, ich sage jetzt mal, ähnlichen Experten nochmal eine Analyse für Thron, also TRX. TRX hatten wir ja auch schon sehr, sehr oft auf dem Kanal erwähnt, deswegen dachte ich, passt das eigentlich auch ganz gut. Und ja, was gibt es da zu sagen für alle, die neu auf dem Kanal sind? Sehr, sehr gerne natürlich ein Abo da lassen. Machen ja auch sehr, sehr viele, deswegen nochmal vielen Dank. Lasst unbedingt auch einen Daumen nach oben da. Ist einfach sehr, sehr wichtig und ja, wenn ihr den Algo komplett penetrieren wollt, ihr kennt das Spielchen, dann lasst natürlich auch sehr, sehr gerne noch einen Kommentar da. In diesem Sinne, legen wir los mit dem Artikel. Was ist eigentlich Thron? Bevor wir uns näher mit dem Thron-Kurs der nächsten Jahre beschäftigen, sehen wir uns erst einmal an, was Thron eigentlich ist. Der Live-Thron-Preis beträgt heute 0,059 US-Dollar-Cent, bei einem 24 Stunden Handelsvolumen von 2,4 Milliarden US-Dollar. Thron ist in den letzten 24 Stunden um 7% gefallen. Das aktuelle Coin-Market-Cap-Ranking liegt bei 23 mit einer Live-Markt-Kapitalisierung von 4,3 Milliarden US-Dollar. Ende März 2021 sind 71 Milliarden 659 Millionen TRX-Münzen im Umlauf, während Coin-Market-Cap keinerlei Informationen über den maximalen Supply an TRX-Coins gibt. Thron ist auf allen großen Kryptobörsen wie Binance, Hubi Global, BitZ, OKEx und HBTC gelistet. Der Leitspruch von Thron ist Decentralize the Web. Ziel des Projekts und der CEO Justin Sun ist, brauchbare Technologie für den Alltag bereitzustellen. Auf der Webseite lesen wir dazu, Thron ist eine dezentrale Blockchain-Plattform zur Unterstützung intelligenter Verträge und hohen Durchsatzleistungen. Wir sehen Thron als ein zukünftiges Betriebssystem, mit dem Entwickler ihre eigenen dezentralen Anwendungen bereitstellen können. Was erwartet die Nutzer bei Thron? Das Thron-Ökosystem soll Teilnehmern verschiedene Optionen bieten. Zum einen geht es um die Einstellung individueller Token, D-Apps, Inhalte und mehr. Ziel ist ein kostenloses und internationales Unterhaltungssystem, in dem digitale Inhalte leicht und sicher ausgetauscht werden können. Seit dem Jahr 2017 existiert die Thron-Plattform nun unter der Leitung einer in Singapur ansässigen, gemeinnützigen Organisation namens Thron Foundation. Hinter der Thron Foundation steckt Justin Sun, der seine Ausbildung an der Peking University und der University of Pennsylvania absolvierte. Forbes Asia kürte ihn zu einem der Unternehmer, 30 under 30. Da gibt es hier auch nochmal einen kleinen Twitter-Post, den werde ich hier auch nochmal einblenden. Die Thron-Plattform soll Mittelsmänner überflüssig machen, also Nutzer und Inhaltshersteller direkt miteinander verbinden. So sollen beide Seiten vor allem finanziell profitieren. In den letzten Jahren hat das Thron-Team bereits vier Phasen der Roadmap, Exodus, Odyssey, Great Voyage und Apollo erfolgreich gemeistert. Konkret heißt das, die Peer-to-Peer-Verbindungen sind möglich, finanzielle Anreize sind integriert, es gibt einen Eco-Inkubator und Nutzer können nun individuelle Token erstellen. In den nächsten Jahren geht es mit Star Trek und Eternity weiter, also der Dezentralisierung der Gaming-Branche. Dabei soll auch die native Kryptowährung des Ökosystems TRX eine größere Rolle spielen. Bis zum Jahr 2036 soll die letzte Phase abgeschlossen sein. Ziel ist es, ein dezentrales Web für Unterhaltung und Spiele bereitzustellen, das weltweit genutzt werden kann. Die Weiterentwicklung der Grundfunktion von TRX ist bereits abgeschlossen. Im Folgenden befassen wir uns näher mit TRX-Tronix der Kryptowährung hinter Thron. Was ist Thronix? Thron unterhält einige Partnerschaften unter anderem mit Poloniex, Samsung, BitTorrent, Swisscom, Blockchain und Opera. Die Kooperationen mit Samsung und Opera basieren auf der Integration der Thron-Wallet, sodass viele Nutzer die Möglichkeit haben, die Kryptowährung einfach im Alltag zu nutzen. Das Netzwerk von Thron ist aufgrund des Problems mit Ethereum derzeit sehr gefragt. Die kostengünstigen Transaktionen erhöhen jedoch künstlich die Daten zur Netzwerkleistung. Infolgedessen scheint die Blockchain von TRX stark frequentiert zu sein. Im Vergleich zu Ethereum-Anwendungen liegt das Netzwerk dennoch weit zurück. In diesem Szenario soll die native Kryptowährung von Thron eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Allerdings gibt es noch Adaptionslücken. Auf CoinMarketCap lesen wir folgendes. Man kann Thronix an Börsen wie Liquid und Binance kaufen, indem man sie gegen andere Kryptowährungen wie ETH oder BTC eintauscht. Ein Kauf mit Fiat-Währung ist derzeit nicht möglich. Momentan ist Thronix Mittel zur Bezahlung auf der Thron-Plattform. Hier können Nutzer mit Thronix für die Inhalte bezahlen. Diese Coins landen dann auf den Wallets der Ersteller. Zwar konzentriert sich das Projekt eher auf den chinesischen Markt, doch rangiert TRX mittlerweile auf den oberen Rängen der Liste der größten Kryptowährungen. Sollte das Thron-Team seine Vision weiter stark verfolgen, dürften einige nützliche Features für die Nutzer dabei entstehen. Vor allem die niedrigen Nutzungskosten und die Unterstützung etablierter chinesischer Investoren ist vielversprechend. Im Jahr 2017 erhielten Platin-Investoren rund 15,75 Milliarden TRX und die Thron Foundation 34 Milliarden TRX. So, kommen wir nun zu den Thron-Preisprognosen. Da haben wir auf jeden Fall Preisprognosen für das Jahr 2021, 2022 und eine Preisprognose für die nächsten 5 Jahre. Wie wir dieser Grafik von CoinMarketCap entnehmen können, ging es in letzter Zeit rund um den Tronix-Kurs recht verhaltend zu. Doch ein kleiner Anstieg bzw. Aufstieg war zu verzeichnen. Lag es an dem rekordverdächtigen Aufstieg von Bitcoin. Wir werfen einen Blick auf die Meinung der Analysten in Bezug auf die zukünftige Preisentwicklung von TRX Tronix Tron. Thron-Preisprognose 2021 Laut Wallstreet Investor ist TRX eine großartige langfristige Investition. Wenn Sie nach virtuellen Währungen mit guter Rendite suchen, kann TRX eine rentable Anlageoption sein. Der Thron-Preis liegt am 23.03.2021 bei 0,059 US-Dollar Cent. Wenn Sie Thron heute für 100 Dollar kaufen, erhalten Sie insgesamt 1674,314 TRX. Basierend auf unseren Prognosen wird ein langfristiger Anstieg erwartet. Für die nächsten Wochen sieht Wallstreet Investor großes Potenzial für den Thron-Preis. Nach den vorliegenden Daten befand sich Thron und möglicherweise sein Marktumfeld in den letzten 12 Monaten in einem bullischen Zyklus. Unsere L-Kryptowährungsanalyse geht davon aus, dass es in Zukunft einen positiven Trend geben wird und der TRX möglicherweise gut für gewinnbringende Investitionen geeignet. Wallstreet Investor empfiehlt TRX als Teil des Portfolios zu integrieren. Thron-Preisprognose 2022 Nun gilt es herauszufinden, ob auch im Jahr 2022 die Thron-Preisprognose beständig bullish bleibt. Laut PrimeXBT könnte der Thron-Preis im Jahr 2022 bei 0,53 bis 3 US-Dollar liegen. Trading Beasts sieht den Thron-Kurs eher bei 0,109 US-Dollar im Dezember 2023, während Long Forecast eine Preisspanne von 0,063 bis 0,081 US-Dollar prognostiziert. Um diese Zahlen in ein logisches Verhältnis zu setzen. Ende März 2021 rangiert der Thron-Kurs bei 0,05 US-Dollar Cent. Ende März 2020 bei 0,011 US-Dollar Cent. Sieht also so aus, als wäre ein weiterer Preisanstieg für Thronix sichtbar. So, kommen wir nun zu der Preisprognose der nächsten 5 Jahre, was den Thron-Kurs betrifft. Meiner Meinung nach auch sehr, sehr spannend. Wir haben mehrere, ich sage jetzt mal, Expertenmeinungen hier drin. Die erste ist von Wallstreet Investor. Die Preisprognose für 2026 liegt bei 0,216 US-Dollar Cent. Bei einer Investition von 5 Jahren wird ein Umsatz von rund 260% erwartet. Ihre derzeitige Investition von 100 US-Dollar kann bis 2026 bis zu 361 US-Dollar betragen. Prime XPT hat dort nochmal einen anderen Preis aufgerufen. Die sehen das Ganze zwischen 1,31 Dollar und 4 Dollar Ende des Jahres 2025. Dann haben wir noch Long Forecast. Die prognostizieren einen Verhaltenenpreis von 0,026 bis 0,033. Coinswitch erklärt uns, Thron hat eine großartige Community von Unterstützern und Entwicklern, in der der Gründer selbst ein großer Krypto-Enthusiast ist und an ständige Innovation glaubt. Daher könnte Thron auf lange Sicht eine der beliebtesten Kryptowährungen der Benutzer sein, da es eine riesige Supportgruppe von Organisationen auf der ganzen Welt gibt. Thron aktualisiert die Enthusiasten sogar über jeden Plan und jede Roadmap, die die Krypto-Enthusiasten begeistert. Bis 2025 könnte TRX 0,76 US-Dollar erreichen. Das Fazit zu den Thronpreisprognosen für 2021, 2022 und in 5 Jahren. Auch wenn wir in dieser Analyse recht bullische Aussagen für den Thronpreis der nächsten Jahre begegnen, dies sind lediglich die Best-Case-Szenarios. Es ist also durchaus möglich, dass der Thron-Kurs in ganz andere Höhen oder Tiefen schießt. Entsprechend gilt, do your own research. Ja, wieder ein sehr, sehr spannender Artikel über Thron. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare reinschreiben. Was haltet ihr davon? Wie schätzt ihr den Preis ein in den nächsten Jahren? Also im Laufe von 2022 und in den nächsten 5 Jahren? Könnt ihr mal sehr, sehr gerne kommentieren. In diesem Sinne bin ich raus. Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, lasst einen Daumen hoch da und diskutiert fleißig in der Kommentarsektion. In diesem Sinne, bis die Tage. Ciao, ciao.